Herzlich Willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Laura Müller und das Thema, warum mir Laura Müller nicht leid tut. Und einige hatten bei meinen Videos zu Michael Wendler oder auch zu Laura Müller immer wieder runtergeschrieben, Mensch, mir tut die Laura Müller so leid, sie kann doch gar nichts dafür, die ist doch noch zu jung und die weiß doch bestimmt noch gar nicht mit umzugehen und das muss doch für die schrecklich sein, wenn der Mann sich so verändert und alles ist so tragisch. Und warum mir Laura Müller zum Beispiel überhaupt nicht leid tut, das werde ich hier in diesem Video auch erläutern. Wenn ihr die tägliche Dosis Trash mögt und solche Videos generell gar nicht schaut, dann könnt ihr gerne noch ein Abo dalassen. Ich weiß, viele gucken mich noch ohne Abo und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Chance gebt in Zukunft. Ansonsten geht es hier jetzt erstmal um Laura Müller und ich versuche mich mal darauf zu konzentrieren, mal wirklich ihre Position, ja, mal mir anzuschauen. Zum einen hat sie Michael Wendler, den Schlagerstar, dann ja auch jetzt geheiratet, beziehungsweise ist jetzt auch schon seit einigen Jahren mit ihm zusammen. Also es war jetzt keine Blitzaffäre, um kurz mal ein paar Follower mitzunehmen. Nein, ich glaube schon, dass beide sich jetzt auch lieben und anscheinend auch diese Ehe wohl echt ist, weil viele haben ja auch gemutmaßt, Mensch, ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine junge Frau jetzt den Michael Wendler sich ausgerechnet aussucht, aber doch, es gibt durchaus auch Fans. Ich habe auch mit Fans geschrieben, die tatsächlich seine Musik cool finden und auch ihn cool finden, ja, die mich ganz entgeistert immer wieder anschreiben und sagen, Mensch, wie kannst du den Michael Wendler so kritisieren? Und da sind auch durchaus mal Mädels bei, wo man sagt, Mensch, äh, warum, ja? Warum suchen die sich jetzt ausgerechnet den aus, den sie da so toll finden? Aber nun gut, das ist nun mal so und der scheint irgendwas auszustrahlen, was ich jetzt nicht so ganz greifen kann. Und bei Laura Müller war das wohl auch der Fall, viele mutmaßen, ja, sie hat viele Männer angeschrieben, auch aus der Schlagerbranche und Michael Wendler ist einfach dann der gewesen, der sich dann für sie dann begeistern konnte. Aber wenn das jetzt wirklich so war und die da gar nicht an ihm jetzt wirklich interessiert ist, dann wäre es ja jetzt die beste Methode gewesen, dann zu Weihnachten eigentlich abzureisen, zu sagen, nee, mit Michael Wendler möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und dann hätte, glaube ich, auch die Medienlandschaft sehr positiv auf sie reagiert. Viele hätten gesagt, Mensch, die Laura ist so tough mit 19, 20 zu sagen, nee, das geht so nicht, ich distanziere mich davon, was der Michael Wendler so von sich gibt. Und viele hätten ihr da wahrscheinlich sogar recht gegeben und sie hätte wahrscheinlich noch mehr Follower bekommen, als sie so schon hat. Sie hat 600.000 Follower auf Instagram. Und dann fangen wir auch schon mal mit dem Grund an, warum sie mir jetzt nicht so leid tut. Also zum einen glaube ich, dass die Beziehung durchaus echt ist und sie bewirbt ja jetzt auch Dinge vom Kopfverlag und Co. auf Instagram und macht das immer mal in ihre Story rein. Von daher ist sie da auch einfach ein Mensch, der drauf scheißt, was sie dort verlinkt. Hauptsache, sie verdient Geld damit. Und sie hat ja auch immer schon Produkte beworben, die auch durchaus mal dubioser waren, obwohl sie eigentlich schon recht gut im Lohn und Brot war. Denn jetzt kommen wir zu einem großen Punkt, warum sie mir überhaupt nicht leid tut. Zum einen ist sie eine Schülerin gewesen, die mit 17-18 ihren Michael Wendler kennengelernt hat und seitdem ein Luxusleben führt. Sie braucht sich eigentlich keine großartigen Gedanken momentan machen. Sicherlich ist das gerade auf dünnem Eis und kann auch sein, dass das bald endet. Aber sie dürfte in den letzten zwei Jahren immens viel Geld verdient haben, was sie wahrscheinlich in einem normalen Job, auch nach dem Studium und Co. wahrscheinlich in 10, 20 Jahren nur schwer verdient hätte. Man muss wirklich mal die Zahlen auf den Tisch werfen. Ich denke, alleine durch die Playboy-Shooting-Geschichte, durch die ganzen Werbedeals auf Instagram, ihre Reichweite dort, die ganzen Fernsehsachen. Wahrscheinlich wird ja auch Michael Wendler sich dann an dem Geld bedienen, ja. Aber, also, denke ich mal, der wird auch, glaube ich, es gibt ja auch Gerüchte, die das bestätigen oder beziehungsweise auch nochmal befeuern, dass Michael Wendler auch mit ihren Vertrag hat und an ihr auch mitverdient. Durchaus clever von ihm, auch wenn es natürlich arschig ist, aber nun gut, clever, weil er ihr natürlich auch geholfen hat, so groß zu werden. Ohne Michael Wendler wäre Laura Müller auch nicht so bekannt geworden und nicht so oft im Fernsehen gewesen und auch nicht bei Let's Dance und so weiter untergekommen. Und das muss man ja auch mal ganz offen sagen. Die wird wahrscheinlich auch bei DSDS, da hatte sie angeblich auch nochmal so einen kleinen Job, wo sie dann auch Backstage interviewt hat. Das wurde natürlich alles auch rausgeschnitten aufgrund der ganzen Äußerung von Michael Wendler. Und da muss man natürlich sagen, da kommt einiges zusammen. Also ich denke mal, das wäre mehrere hunderttausend Euro im Jahr gewesen sein. Auch nach der Steuer dürfte da einiges übergeblieben sein. Und ich denke mal, die wird da locker ein paar hunderttausend Euro noch verdient haben. Ob die das jetzt alles schon verprasst haben oder nicht. Ich bin ja nicht der Finanzberater von denen oder das Finanzamt. Das wissen am Ende nur die Banken von ihm bzw. die Gläubiger vielleicht irgendwann, die dann vielleicht mehr Informationen bekommen, sein Management, die Anwälte und Co. Und das Management hatte ja auch bei Oliver Pocher gesagt, wenn die jetzt noch ein, zwei Jahre durchgezogen hätten, hätte Michael Wendler ausgesorgt und somit auch Laura Müller. Und von daher denke ich halt schon, dass sie und er durchaus unfassbar viel Geld verdient haben. Von daher tut sie mir, was das angeht, von diesem, ja, wovon soll sie denn jetzt leben? Und sie ist ja so arm dran, überhaupt nicht leid. Welche 20-Jährige hat denn solche Luxussorgen? Auch wenn sie jetzt da irgendwelche Häuser oder was weiß ich da in Florida verkaufen mussten. Welche 20-Jährige kann sich denn so ein Lifestyle leisten? Also keine normale 20-Jährige aus normalem Hause, die gerade ihre Schule macht oder ihre Ausbildung oder ein Studium oder jobbt oder ein freiwilliges soziales Jahr macht, hat solche Luxusprobleme. Das muss man ja auch mal auf den Tisch legen. Deswegen tut sie mir aus diesem Punkt schon alleine nicht leid. Und sie könnte natürlich auch immer sagen, Mensch, winke, winke, Michi, so, ich gehe zur RTL und entschuldige mich und sage, Mensch, das lief alle scheiße. Und dann würden natürlich auch die ganze Presse und Co. sagen, cool, die Laura Müller ist wieder zurück. Das war bestimmt auch nicht einfach für sie. Dann sitzt sie irgendwie bei Stern TV und Co. Also die wüsste eigentlich, könnte immer mit der richtigen Beratung Geld verdienen. Die Reichweite ist ja nicht weg von 600.000 und die wird auch die nächsten Jahre noch interessant bleiben. Und die würde auch für diverse TV-Formate natürlich auch Geld bekommen. Und die wäre natürlich auch aufgrund ihrer Optik für Männer interessant, die vielleicht auch ein bisschen besser betucht sind. Und dann sagen, Mensch, die Laura, die gefällt mir eigentlich ganz gut, da ist mir dann die Vorgeschichte egal. Gibt es auch genug Männer, die das machen würden. Von daher hätte die für die Zukunft eigentlich kein Problem. Die könnte auch locker irgendwie ein Fernstudio machen und so versuchen, ein Business sich außerhalb der Fernsehbranche aufzubauen. Und das wäre auch gar kein Thema. Also von daher gibt es da eigentlich genug Gründe, warum sie eigentlich leidtun muss. Das Einzige, was mir dann vielleicht als empathischer Mensch leidtun könnte oder vielleicht ein bisschen leidtut, ist, dass ihre Beziehung sich so drastisch vielleicht verändert hat, dass sie vielleicht ihren Mann gar nicht mehr wiedererkennt. Und das vielleicht eher dann auf Dauer ihr auf den Magen schlägt. Aber durch die ganzen Insta-Stories und Co. wirkt das jetzt nicht so, als würde sie sich da mit ihm überhaupt nicht verstehen und das total hinterfragen. Ich denke, die geht das mittlerweile auch mit, was er da macht. Und ich glaube, er kann ganz gut manipulieren und auch Leute führen. Und dann kann es auch gut sein, dass sie da mittlerweile auch tiefer drinsteckt, als wir vielleicht auch vermuten bislang. Und da auch nicht nur die Links-vom-Kopf-Verlag teilt, sondern vielleicht auch die Meinung von Michael Wendler. Und das sind halt auch genug Punkte, warum sie mir persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht leidtut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt das gerne mal unten reinschreiben und sagen, Mensch, nee, da liegste falsch. Ich sehe das komplett anders. Mir tut die Laura da schon leid. Und dann schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Aber wenn ihr auch sagt, nee, du hast vollkommen recht, dann sind wir hier, glaube ich, einer Meinung. Und dann könnte euch hier dieser Kanal vielleicht auch gefallen, weil ich hier grundsätzlich auch ein bisschen kritischer unterwegs bin. Und dann könnt ihr gerne auch ein Abo da lassen. Ansonsten sehen wir uns dann die Tage wieder. Ich würde mich freuen, wenn wir dann für die tägliche Dosis Trash vielleicht auch ein paar neue Ideen von euch in den Kommentaren haben, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen nachher lese und genau nachgucke. Ihr könnt mir natürlich auch gerne bei Instagram und Twitter schreiben. Da bin ich sehr aktiv. Würde mich auch sehr freuen. Dann sehen wir uns morgen um 12 Uhr wieder. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.